Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fröhliche Weihnacht überall, so beginnt ein volkstümliches Weihnachtslied. In der Tat, überall hierzulande feiert man Weihnachten. Nicht nur hier in unserem Land, sondern sogar in Ländern, in denen die Christen eine Minderheit darstellen. Weihnachten ist so populär. Wollte man eine Erfolgsskala an das christliche Brauchtum, an christliche Feste anlegen, dann hätte Weihnachten den Stich gemacht. Es ist das populärste christliche Fest. Gewiss, der Konsum, der Handel, die Wirtschaft haben großes Interesse daran, dieses Fest zu propagieren. Ist es doch verbunden mit Geschenken. Und die wiederum bedeuten, eine Erhöhung des Umsatzes. Aber das allein würde doch nicht ausreichen, das Weihnachtsfest weltweit so populär zu machen. Schenken könnte man sich auch zu anderen Gelegenheiten. Schauen wir einmal, was der Kern dieses Festes ist. Wenn Sie an Ihre eigene Kinderzeit denken oder an die Situationen Ihrer Familie zu Weihnachten, stehen die Kinder im Mittelpunkt. Es ist wunderschön zu betrachten, wie die Kinder mit dem Weihnachtsschmuck, mit dem Christbaum, mit den Geschenken umgehen. Vieles zentriert sich um die Kinder. Leuchtende Kinderaugen, wenn sie die Geschenke öffnen können. Aber dieses Kinderfest hat noch einen tieferen Hintergrund. Es geht letztlich um ein anderes Kind, um das Gotteskind, um das Christkind. Gott wird Mensch. Und zwar nicht nur irgendein Mensch, er wird ein Kind, ein Baby. Und diese Szene ist so anrührend für die Menschen, dass dieser große Gott ein kleines Kind wird. Dahinter steckt die Botschaft, dieser allmächtige Gott muss uns Menschen so sehr lieben, weil er sich so klein macht, um uns nahe zu sein. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, echte Liebe macht sich immer klein, um dem anderen nahe sein zu können. Wenn wir das Weihnachtsfest so begreifen und so gestalten, als Einladung auf den Weg der Liebe Gottes, dann ist es für uns ein erfüllendes Fest. Dann sind die Geschenke Ausdruck der Liebe und nicht einfach nur eine Übung, eine Pflichtübung. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie mutig die Einladung auf den Weg der Liebe Gottes einnehmen und dass Sie sich auf diesen Weg begeben, sich selbst klein machen, sich verschenken. Und ich wünsche Ihnen auch von Herzen, dass Sie persönlich diese Erfahrung des Beschenktwerdens durch Liebe an diesem Festtag erfahren. Und ich wünsche Ihnen auch von Herzen, dass Sie die Einladung auf den Weg der Liebe Gottes einnehmen